Hallo und willkommen, mein Name ist Maxi und ich freue mich sehr im Namen der Bundesanstalt für autonome Digitalisierung heute einen Vortrag über kleine Anfragen, sehr gut achten und Stellungnahme, wie wir Bundesdaten anschaulich machen, zu halten. Kommen wir kurz zur Gliederung des Vortrags. Zuerst die Einführung über das Projekt Dosenöffner, die Problemdefinition, die Vorteile des V-Modell-XTs, das Ausschreibungsmanagement, die Architektur der Dokumentenplattform, die Abnahme und dann die Endruz-Rückmeldungen, von denen wir leider nicht so wirklich viele haben. Gehen wir nun ein bisschen auf das Projekt ein. Wie alle Großprojekte aus Behörden hat auch dieses ein Akronym, Dosenöffner. Das steht für dokumentenorientierte Suche nach öffentlich nutzbaren Ergebnissen und zeigt eigentlich schon den Kern des Projekts. Und Stopp. Genau so stellt man sich das vor, wenn Behörden auch nur ansatzweise versuchen, irgendwie Software zu bauen und das auf die Menschheit dann loslassen. Und das Ergebnis ist leider halt sehr traurig. Denn wo andere Länder ein 18F oder ein GovUK haben, die in der Open entwickeln und Pull-Requests auf GitHub akzeptieren, träumen wir hier irgendwie nur davon. Seiten, die noch nie an einer UX-Expertin vorbei mussten oder der Begriff Formularserver sind hier halt noch Alltag. Und von daher, hi, ich bin Maxi und tue Dinge mit offenen Daten bei der Open Knowledge Foundation Deutschland. Ich komme also nicht von einer Behörde und versuche aber trotzdem Daten, die uns alle betreffen und interessieren können, besser zugänglich zu machen. Worum geht es also jetzt? Effektiv um offenes Wissen. Unsere Parlamente und Ministerien produzieren im Jahr mehrere tausend Dokumente, die sogar oft sehr interessant sein können. Und heute schauen wir uns davon drei Arten an. Das sind die kleinen und die großen Anfragen, die Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes und die Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen. Kleine Anfragen, das sind Fragen, die Abgeordneten in unseren Landesparlamenten und im Bundestag stellen können und die dann innerhalb von so ein paar Wochen von der jeweiligen Regierung und den Ministerien beantwortet werden müssen. Und in denen verstecken sich meist sehr interessante Details. So gab es bei einer Reihe von Anfragen im September 2014 dann eben diesen Artikel von Zeit Online. und die haben diese Anfragen sehr schön aufgearbeitet. Dazu gab es eine Karte über den Zustand sämtlicher Eisenbahnbrücken in Deutschland. Und für all diese Bahnbrücken wurde eben der Zustand mit 1 bis 4 markiert und 1 war so, ja, kannst du behalten, ist gerade so okay. Und 4 musst du halt eigentlich abreißen, reparieren lohnt sich nicht. Und diese Karte ist ja dann doch schon so ziemlich rot-dunkelrot und das hat mich etwas irritiert. Und vor allem, wo haben die die Daten hergehabt? Und im Artikel stand auch schön drin, ja, es kam aus kleinen Anfragen. Und zwar aus kleinen Anfragen, die jede Bundestagsfraktion für jedes Bundesland einzeln gestellt hat. Und für jede dieser Anfragen hat DB Netz geantwortet mit einer langen Tabelle, dessen Daten sie dann erst mühsam umrechnen mussten, von wie man hier so in den letzten Spalten sieht, Streckenkoordinaten, das haben sie umgewandelt in Geokoordinaten und dann konnten sie halt diese Karte bauen. Und genau an dem Tag habe ich mich noch gefragt, okay, das ist interessant, gibt es da noch mehr Daten? Gibt es noch mehr Anfragen, die sowas enthalten? Stellt sich raus, ja. Und diese findet man in Parlamentsdokosystemen. Das sind tatsächlich Screenshots von allen Parlamentsdokosystemen in ganz Deutschland, inklusive im Bundestag oben in der Mitte. Und in diesen Dingern packen die Verwaltungen der Parlamente sämtliche Dokumente, wie Protokolle, Gesetzesentwürfe, aber eben auch kleine Anfragen und die Antworten darauf rein. Und die sehen eben für jedes Bundesland unterschiedlich aus, lassen sich eher so Scheiße bedienen und auf einem Smartphone brauchst du es nicht probieren. Und dann habe ich zum Scrapen angefangen. Hier ist ein Beispiel für Bayern. Das sind effektiv drei Seiten, bis man an die Anfrage kommt, die man eigentlich sehen möchte. Den Namen des fragenden Abgeordneten und das Ministerium muss man dann halt selber noch aus der PDF rauskratzen. Schlimmer geht es aber auch. Das ist Sachsen. In Sachsen sind die Suchergebnisse auf 2500 Treffer begrenzt. Dann sind die einzelnen Daten über mehrere Seiten verteilt und am Ende öffnet sich ein Pop-up und der Link auf die PDF da drin, der gilt nur 15 Minuten, denn danach wird die Datei wieder vom Server geräumt. Nicht so clever. Und zwischenzeitlich kommt man dann auch an solchen Sachen hier vorbei. Eine Parlamentsdokumentation, die sagt, sie hat die maximale Anzahl der Lizenzen erreicht, inklusive UTF-8-Fehler. Also für viele interessierte Besucher in diesem Internet sind diese Dinge also wirklich nicht gedacht. Und das ist sehr traurig, weil irgendwie benutzen tut das niemand freiwillig und damit liegen wahrscheinlich die Lösungen all unsere Probleme in PDFs, die niemand liest. Und dann sind kleine Anfragen entstanden. Und weil die Domain glücklicherweise noch frei war, findet man es unter kleineanfragen.de. Die Seite zeigt nicht nur die zuletzt veröffentlichten Anfragen aus allen Landesparlamenten und dem Bundestag, sondern macht sie auch noch gut lesbar zugänglich und bietet eine feste, saubere Uhr, auf die man auch linken kann. Und mobilfähig ist sie natürlich auch. Und zunehmend erkennt es zusammenhängende Anfragen. Also entweder, weil sie eine Serie im Titel haben, sowie die über 20 Anfragen zum BER in Berlin, sondern auch Anfragen, die im Text andere Anfragen erwähnen. Also so siehe Anfrage 18-1234. Und dazu gibt es eine Volltextsuche, die die bekannten Snippets aus den üblichen Suchmaschinen auch anzeigt. Denn Leistungsschutzrecht greift hier glücklicherweise nicht, denn die Anfragen und Antworten sind als amtliche Dokumente vom Urheberrecht ausgenommen. Zudem unterstützt die Suche natürlich detaillierte Parameter. So lassen sie sich mit Minus Begriffe ausschließen, nach Seitenanzahl oder Veröffentlichungsdatum filtern oder halt auch nur Antworten anzeigen, die eine Tabelle enthalten. Und die Anfragen und die Antworten mit Tabelle sind eigentlich noch die viel interessanteren. Wie vorher gezeigt, Zeit.de macht eine Karte draus, aber zudem zeichne ich die in der Suche und auf den Seiten tatsächlich noch speziell aus. Das heißt, man findet die Dinge auch recht einfach und es ist das Tool Tabula verlinkt und damit kann man die Tabellen auch wieder recht einfach in eine CSV verwandeln und damit auch was anstellen. Und natürlich gibt es die ganzen Metadaten zu jeglicher Anfrage auch noch als JSON. Punkt JSON an die URL anhängen oder die etwas größere Opal API nutzen, da kommen wir nachher noch dazu. So kommt man da schön dran. Aber eins der angenehmsten Features ist die Benachrichtigungsfunktion. Also wenn man ein Thema gefunden hat, was einen interessiert, neue Antworten aus allen Parlamenten, einzelne Fraktionen oder eben suchen, kann man sich per E-Mail oder als Feed abonnieren. Das Ganze sieht dann so aus und täglich in der Früh so gegen neun nach dem Scrapen gibt es dann eine E-Mail mit den neuesten Ergebnissen. Zudem lassen sich die ganzen Anfragen auch noch auf Twitter finden. Ich habe dazu ein paar Bots gebaut, Anfragen, Unterstrich und dann zwei Buchstaben für euer Bundesland. Das Problem ist, wie man hier sieht, das sind nicht mehr alle Bundesländer, die Rest hat Twitter gesperrt. Ist leider so. Aber immerhin der unterste Ad-Anfragen-Daten twittert auch noch täglich alle Anfragen, die vielleicht interessant sind, weil sie Tabellen enthalten. Und natürlich ist die Seite Open Source, sie liegt auf GitHub und wer mehr in den Daten wühlen möchte, es gibt tägliche Datenbank-Dumps, eben eine API nach dem Opal-Standard. Das ist ein Standard für den Zugriff auf Ratsinformationssysteme beziehungsweise Parlamentsinformationssysteme. Und in beiden finden sich auch bereits die extrahierten Volltexte aus den PDFs. Also nochmal OCR laufen, müssen wir auch nicht machen. Wer also Bock auf Textanalyse, Wordclouds, Markov-Chain-Bots hat, haut rein. Viel Spaß. Und wenn die Abgeordneten im Bundestag aber mal ein bisschen mehr über ein spezielles Thema wissen möchten, gibt es den wissenschaftlichen Dienst. Dieser erstellt Gutachten und Ausarbeitungen über so ziemlich jedes Thema, was einem so einfällt. Zum Beispiel das Nacktbaden auf benachtbarten Grundstücken. Diese Gutachten waren aber bislang exklusiv den Abgeordneten vorenthalten. Lesen durften wir sie erst seit ein paar Monaten. Und Schuld daran ist dieser freundliche Mensch. Denn er übernahm relativ große Teile eines Gutachtens, was er beim wissenschaftlichen Dienst in Auftrag gegeben hat, in seiner Doktorarbeit. Und welche Teile das genau waren, wollten Journalisten wissen und haben bis vor das Bundesverwaltungsgericht geklagt. Und das Bundesverwaltungsgericht hat dann entschieden, dass die Arbeiten des wissenschaftlichen Dienstes durchaus unter das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz fallen. Und damit war klar, dass jeder von uns an diese Gutachten rankommen darf. Das Problem ist an der Stelle aber wieder nur, okay, wir dürfen sie haben, aber welche gibt es überhaupt? Und da kam Abgeordnetenwatch ins Spiel. Die haben per IFG eine Liste aller Gutachten angefragt. Das fand der Bundestag irgendwie nicht so lustig, schickte eine Ablehnung. Sie meinten, das wäre eine vom IFG nicht mehr gedeckte Ausforschung des Behördenhandelns. Das ist Bullshit. Abgeordnetenwatch hat Widerspruch eingelegt. Der Bundestag musste nochmal sehr, sehr genau drüber nachdenken. Und plopp, gab es eine Liste auf Papier. 262 Seiten für 24,20 Euro Kopierkosten. Das wiederum wurde wieder eingescannt und MTO und Stefan Wehrmeyer haben sich hingesetzt, die Liste durch den OCR gejagt, Tippfehler bereinigt und es auf GitHub als maschinenlesbares CSV gestellt. Und das war dann der Grundstein für Frag den Bundestag. Auf der Plattform fragdenstaat.de, die Informationsfreiheitsanfragen für jeden wirklich recht einfach macht, haben wir ein Tool bereitgestellt, mit dem man mit nur zwei Klicks eine Anfrage für ein einzelnes Gutachten stellen konnte. Und das war dann effektiv das hier. Innerhalb von wenigen Stunden wurden immer mehr Gutachten angefragt und das ging die nächsten Tage dann auch so weiter. Und so hatte der Bundestag plötzlich ein Problem. Denn auf jede Anfrage müssen sie eine Eingangsbestätigung verschicken, das Gutachten heraussuchen, drüberschauen, schwärzen, kopieren, eintüten, per Post verschicken. Und das dauert bei vielen, vielen Anfragen sehr, sehr lange. Und sie hatten nichts anderes mehr getan. Und somit hat sich der Ältestenrat vom Bundestag zusammengesetzt und beschlossen, okay, sie veröffentlichen sie halt dann doch selber auf bundestag.de. Und was dabei rauskam, sah so aus. Und das ist bundestag.de slash Ausarbeitungen. Dort gab es eine Übersicht über die einzelnen Abteilungen des wissenschaftlichen Dienstes. und hinter jeder Abteilung dann eine Liste der Gutachten, die der Bundestag bislang herausgesucht und geschwärzt hat. Das Problem an der Stelle ist, man sieht es auch so grob, das ist nicht wirklich strukturiert. Die haben ihr CMS genommen und einfach da schön untereinander reinbearbeitet. Das heißt, diese Suche oben rechts hat keine einzige von diesen Dateien gefunden. Also nicht mal Titel und auch nicht Volltext. War einfach nicht da. Ja, und dann haben wir uns wieder hingesetzt und sehrgutachten.de gebaut. Selbes Prinzip, eine Übersicht der einzelnen Abteilungen, eine Liste der erstellten Ausarbeitungen und Seiten mit stabilen URLs für die einzelnen Dokumente. Das hier, auch wenn man es jetzt nicht besonders gut lesen kann, ist das Nacktbadengutachten. Das Too Long Didn't Read ist eigentlich recht langweilig. Irgendein nicht genannter Abgeordneter hat versucht, einen Nachbarschaftsstreit vom wissenschaftlichen Dienst lösen zu lassen. Und das passiert jetzt eher so nicht mehr, denn ab jetzt sind diese Dokumente halt öffentlich. Und natürlich hat sehr gutachten auch wieder eine Volltextsuche. Es gibt Feeds für sämtliche Teile, für die Suche, für die Abteilungen, einfach noch einen, der alles enthält. Und auch gibt es wieder die Daten dahinter. Zu jeder Datei gibt es auch hier wieder die bereits OCR-Textversion und die Metadaten. Und dazu müsste halt Bundestag.de nicht nochmal scrapen. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Bundestag.de sieht mittlerweile so aus. Sie haben richtig viel Geld genommen, haben sich ein Redesign machen lassen. Im Unterschied zu früher ist es jetzt zumindest strukturiert. Aber es zeigt immer nur fünf auf einmal an. Und dann blättert man halt. Die Volltextsuche geht mittlerweile, hat aber keine Snippets. Also man darf sich trotzdem wieder durch jedes einzelne durchklicken. Voll gut. Also Dinge von sich aus anständig zu veröffentlichen, ist also immer noch voll schwierig. Und damit wiederholt sich die Geschichte noch einmal mit Stellungnahme. Dieses Mal haben wir uns den Gesetzgebungsprozess angeguckt. Und so richtig hautnah haben wir das am Open Data Gesetz erlebt, bei dem die Open Knowledge Foundation um eine Stellungnahme gebeten worden ist. Und üblicherweise funktioniert das Ganze so, dass irgendjemand in einem Ministerium auf irgendeine Idee kommt. Und dann passiert ein Referentenentwurf. Und dann wird dieser Entwurf an Vereine und Verbände verteilt, wo das Ministerium denkt, ja, die könnten vielleicht sinnvollen Input dazu geben. Dann wird der Entwurf gelesen und dann kommen nach ein paar Tagen schon die ersten Stellungnahmen zurück. Und dann versucht das Ministerium Punkte aus diesen Stellungnahmen einzuarbeiten. Und manchmal passiert das Spiel dann noch eine Runde und noch eine Runde und irgendwann kommt es ins Kabinett. Es gibt letzte kleine Änderungen. Es wird abgestimmt vor Gesetz. Und damit sieht man eigentlich sehr schön, wenn so ein Gesetz im Kabinett ist, dann geht halt nicht mehr viel. Also so kleine Änderungen, ja, aber so richtig grundlegendes Zeug ist schwierig. Das heißt, der richtige Zeitpunkt für Feedback zu einem Gesetz und für seriöses Gepöbel ist also schon viel, viel früher. Und da fangen aber die interessanten Fragen erst an. Weil wer wird eigentlich von den Ministerien als würdig genug empfunden, um eine Stellungnahme abzugeben? Wer antwortet dann überhaupt? Und welche Änderungsvorschläge aus den Stellungsnahmen schaffen es wörtlich bis ins Gesetz? Und da war das übliche Problem wieder da. Referentenentwürfe? Nicht öffentlich. Wer wird angefragt? Auch nicht öffentlich. Und die Stellungnahmen? Und schon mal wieder rettet uns das Informationsfreiheitsgesetz den Tag. Denn all das sind Dokumente, die sich sehr, sehr einfach über fragdenstaat.de bei den einzelnen Ministerien anfragen lassen. Und das ist der Moment, wo sich die Geschichte eben wieder wiederholt. Wir haben wieder eine Kampagne gestartet. Gläsene Gesetze. Das selbe Prinzip wie beim letzten Mal. Eine Liste mit allen Stellungnahmen. Wir haben eine einfache Zweiklicklösung, um eine Anfrage zu stellen. Und ups. Es hat wirklich keine Woche gedauert und dann haben wir 1600 Informationsfreiheitsanfragen zusammenbekommen. Das sind mehr als im gesamten letzten Jahr und das in einer Woche. Und die Ministerien wurden ein bisschen panisch und haben es auf die Tagesordnung für das nächste Ministertreffen gepackt. Und da dauert es ein bisschen und dann haben sie sich schon eingesehen, denn anstatt die nächsten Monate mit IFG-Anfragen Antworten zu verbringen, stellen sie sie jetzt halt wieder von selbst online und das auch in Zukunft. Und da ministerienübergreifende Webseiten noch schwieriger sind, als wenn nur ein Ministerium eine Webseite machen soll und bis auf das Justizministerium, auch davor niemand irgendwas online hatte, haben wir halt wieder eine Webseite gebaut, stellungnah.me. Es gibt eine Übersicht, die alle Verbände in der Legislaturperiode zeigt und es sind wirklich, wirklich viele und es sind auch ein paar Überraschende dabei. Kanntet ihr den Zentralverband Naturdarm oder eine Patronsammlervereinigung e.V.? Und auch von der anderen Seite kann man natürlich gucken. Also das sind jetzt hier 118 Gesetze und ihre Stellungnahmen dazu. Es gibt die Liste, es gibt die einzelnen Referentenentwürfe dazu, es gibt die einzelnen Stellungnahmen dazu und dann natürlich die Stellungnahmen zum Durchlesen. Und das sind die, die bislang öffentlich sind, also diejenigen, bei denen bereits eine IFG-Antwort passiert ist oder diejenigen, wo jetzt das Justizministerium schon selbst veröffentlicht hat. Aber wer nutzt jetzt eigentlich all diese Tools, die wir da gebaut haben? Am Anfang habe ich ja gedacht, okay, gut, das werden halt dann Journalisten werden, so Politikressort oder sowas. Die mögen sowas, die interessiert das. Oder halt Datenjournalisten, die jetzt dann schöne Visualisierungen damit erstellen können. Oder Menschen aus Fernsehredaktionen, die anhand von Anfragen nach einem Maxim-Gorki-Park in Sachsen schön 15 Minuten Sendezeit füllen können. Aber das Überraschende daran ist, die meisten Aufrufe, all diese Seiten, kommen aus den Parlamenten und den Behörden selbst. Denn lustigerweise funktioniert die Suche von kleinen Anfragen und Co. nur mal besser als ihre eigenen Tools. Und so merken tut man das dann daran, wenn man dann in einem Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst eine kleine Anfrage findet und zitiert. Und als Quelle ist kleineanfragen.de angegeben. Und jetzt seid ihr dran. Es sind wirklich, wirklich, wirklich viele Dokumente. Und ich habe beim Entwickeln von dem Ganzen nur einen sehr, sehr kleinen Bruchteil gelesen. Und vielleicht gibt es Themen, die euch interessieren. Einfach mal in die Suche haufen. Oder ihr habt Bock auf Textanalyse, Massenauswertungen, Verknüpfungen mit anderen Datenquellen. Alle Daten stehen unter der Open Database Lizenz. Ich wünsche viel Spaß und helfe natürlich auch bei Fragen. Dankeschön. Ne, tatsächlich noch nicht. Ah, ob es eine Volltextsuche über alle Seiten gleichzeitig gibt. Wobei das in dem Fall ist dann wahrscheinlich Google. Also das ist tatsächlich auch ein Punkt. Durch die Aufarbeitung bei kleinen Anfragen und Co. Sinn, diese Dokumente auch das erste Mal im Google-Index zu finden. Bundestag.de und Co. haben sie vorher blockiert. Mehr Fragen? Jo. Sehr gerne. Weitere Fragen? Jo. Jo. Genau, also gesichert, ob es in der Zukunft weiterhin verfügbar bleibt. Ja, einerseits, ich sperre zumindest schon mal den Internetarchiv-Bot nicht aus. Also zumindest das Internetarchiv wird davon eine Kopie bekommen. Es ist soweit gesichert, dass es eben unter dem Dach der Open Knowledge Foundation läuft, die eben auch Frag den Staat macht. Also da ist zumindest Geld für Serverbetrieb so einigermaßen da. Wir haben trotzdem einen Spenden-Button und würden uns freuen. Und der Plan ist eigentlich schon der, zumindest bei den Dokumenten aus den Parlamenten hat das Land NRW mit dem Parlamentsspiegel eigentlich den Auftrag, sowas zu tun. Praktisch passiert es eher nicht so, denn selbst der Parlamentsspiegel hat keine Volltextsuche. Und da stehe ich zumindest schon auf dem Standpunkt, sollte sich aus welchen Gründen auch immer die Menschen hinter dem Parlamentsspiegel mal entscheiden, komm, wir lassen das mal anständig machen. Ich würde zur Verfügung stehen und selbst wenn nicht, würde es der Parlamentsspiegel irgendwann mal besser machen als kleineanfragen.de, wäre ich bereit, darauf umzuleiten. Und die URLs werden natürlich stabil bleiben. Und sonst urheberrechtlich ist es halt kein Problem. Die Dinger sind eben als amtliche Dokumente vom Urheberrecht ausgenommen und tatsächlich spiegeln auch noch sämtliche Parlamente einen Großteil der Dokumente von den anderen. Dann aber halt gedruckt als toter Baum in Buchform, aber immerhin wegkommen tut das Zeug nicht. Weitere Fragen? Dann vielen Dank. Applaus Applaus Untertitelung des ZDF, 2020